Wie hoch ist meine Monatsrente, wenn ich 45 Jahre lang 16 Euro die Stunde verdient habe? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe Ihnen ja in einem Beitrag schon mal ausgerechnet, wie viel Monatsrente Sie bekommen, wenn Sie 20 Euro pro Stunde verdienen bei 45 Jahren Arbeit. Und zwar bin ich hier auf einen Artikel des Redaktionsnetzwerkes Deutschland gekommen vom 24. September 2023. Dort wird dargestellt, dass die Hälfte aller Vollzeitbeschäftigten in Deutschland mehr als die Hälfte sogar unter 20 Euro die Stunde verdient. Das sind laut der Darstellung des Statistischen Bundesamtes, da hat man die Auswertung her, der Zahlen von 39,779 Millionen Vollzeitbeschäftigten bekommen 21,455 Millionen Menschen einen Stundenlohn unter 20 Euro. Das ist ein Anteil von 53,9 Prozent und unter 16 Euro brutto pro Stunde erhalten 13,603 Millionen Menschen, was einen Anteil von 34,2 Prozent der Vollzeitbeschäftigten ausmacht. 6,631 Millionen Beschäftigte verdienen unter 13 Euro die Stunde. Ich habe jetzt einfach mal gerechnet und komme dort auf folgenden Wert. Lassen Sie sich das bitte mal auf der Zunge zergehen. Ich habe die Frage gestellt, wie hoch ist meine Altersrente bei 16 Euro Stundenlohn nach 45 Jahren Arbeit. Hier nochmal die Zahlen auch für Sie nochmal aufbereitet, dass wir 34,2 Prozent von 39,77 Millionen Vollzeitbeschäftigten Menschen erhalten einen Bruttostundenlohn von unter 16 Euro die Stunde. Das ist absoluter Wahnsinn. Wir sind ein beschämendes Niedriglohnland in Deutschland. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Da ist mir auch völlig klar, warum die Leute einfach nur noch Politik vor draußen sind und keine Lust mehr auf SPD, auf CDU, FDP und die Grünen haben, meine Damen und Herren. Ich habe einfach mal gerechnet, ganz grob vereinfacht. Als Rentenberater kann ich das. Ich nehme die 16 Euro mal 40 Stunden und multipliziere das noch mit 4,32 Wochen pro Monat. Dann komme ich auf ein Bruttomonatsgehalt von 2.764,80 Euro. Das multipliziere ich mal 12, komme dann auf ein Jahresbrutto von rund 33.177 Euro. Jetzt berechne ich mal die Entgeltpunkte für ein Jahr Tätigkeit und zwar im Jahr 2023 bei 33.177 Euro. Da bekomme ich dann 0,7690 Entgeltpunkte. Also noch nicht mal ein Entgeltpunkt. Wenn ich einen Entgeltpunkt bekomme bei 45 Jahren, bin ich der Standard-Eckrentner. Das wäre sozusagen noch eine Rente, die auch letzten Endes vom Rentenniveau her deutlich in Richtung 48 Prozent runtergeht. Jetzt multipliziere ich die 7,690 Entgeltpunkte mal 45, also 45 Jahre, und komme auf sage und schreibe 34,6050 Entgeltpunkte. Und diese 34,6050 Entgeltpunkte multipliziere ich mit dem aktuellen Rentenwert 37,60 Euro. Dieser gilt seit dem 1.7.2023. Sie kennen es noch, die Rentenerhöhung in West und Ost. Und dann komme ich auf eine Brutto-Monatsrente von 1.301 Euro und 15 Cent. Das ist die Brutto-Rente. Davon ziehen Sie bitte noch mal aktuell um die 11,5, 11,6 Prozent Kranken- und Pflegebeitrag ab. Dann wissen Sie, was Sie für eine Netto-Rente haben. Die liegt dann irgendwo bei 1.150 Euro. Also mal ganz grob geschätzt. Meine Damen und Herren, diese Rente, 1.301 Euro und 15 Cent, ist genau die Rente, wenn Sie 45 Jahre grob vereinfacht arbeiten, bei 16 Euro Stundenlohn. Das ist das Ergebnis dieser Studie. Das ist das Ergebnis dessen, was ich aus dieser Studie letzten Endes herausgezogen habe. Mich hat einfach nur mal interessiert, was kommt bei 16 Euro Stundenlohn als Rentenleistung heraus. Und die nächste Berechnung mache ich dann noch bei 13 Euro. Da können Sie sich dann mal angucken, was das für ein Ergebnis ist. Das ist sozusagen grob über dem aktuellen Mindestlohn in Deutschland. Also, das Ergebnis ist klar. 16 Euro Stundenlohn, 45 Jahre Arbeit, bekomme ich aktuell 1.300 und 1,15 Euro Brutto-Rente pro Monat. Das reicht zum Leben und zum Sterben nicht aus. Ich sage Ihnen eins, meine Damen und Herren von der aktuellen Regierung, Sie haben das alle mit verbockt, dass wir solche beschämend niedrigen Renten in Deutschland haben. Das kann nicht wahr sein, dass Menschen, die fleißig gearbeitet haben, die 45 Jahre gearbeitet haben, solche Renten bekommen. Hingegen Beamte und Pensionäre fast das Dreifache von dem als Monatspension bekommen. Wir wissen, die Durchschnittspensionen in Deutschland liegen bei knapp 3.200 bis 3.300 Euro. Das ist sozusagen nicht mehr in dem Bauherzustand. Also, wenn Sie den Beitrag gut finden, einfach Daumen hoch. Ansonsten wünsche ich Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Das ist sozusagen nicht mehr in der Nähe von 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 der Nähe